Sie haben vor einem Jahr ein Buch veröffentlicht, das nannte sich Brennpunkt Neukölln. Seither ist es wahrscheinlich nicht viel besser geworden, sondern haben sich eher Ihre Ankündigungen bewahrheitet. Was haben Sie in dem Buch, das ich leider noch nicht gelesen habe, schon vorhergesagt? Also ich habe in diesem Buch die Lebensrealität aufgeschrieben, die wir in Neukölln, die ich in meiner ganzen Arbeit der letzten 25 Jahre politischen Arbeit im Bezirk auch aufgenommen habe, dargelegt, aber nicht nur geschrieben, wo die Probleme sind, sondern ich habe auch versucht, Lösungsansätze zu finden. Da geht es halt nicht nur um Kinder-Jugend-Kriminalität, da geht es um Obdachlosigkeit, da geht es um Verwahrlosung, da geht es um Müll, massives Müllproblem, da geht es aber auch um getötete Polizisten in Neukölln, Uwe Lischied und Herr Krüger, die beide im Dienst ums Leben gekommen sind. Also die ganze Bandbreite von diesem Brennpunkt habe ich versucht, mal aufzuzeigen, um auch ein Stück weit wach zu rütteln, deutlich zu machen, so geht es nicht weiter. Es braucht hier einen viel größeren Fokus auf dem Bezirk. Wir brauchen hier sehr gute, abgestimmte, ja strategische auch Maßnahmen, Zusammenarbeit zwischen den Behörden. Das hört sich jetzt banal an, aber es ist sehr aufwendig und schwierig, die Kooperation zwischen Jugendamt, zwischen Polizei, zwischen Schule, auch zwischen Sozialarbeit, zwischen unserem gesamten System zu organisieren, um Entwicklungen, die schief laufen, da erfolgreich auch gegen zu arbeiten. Und da braucht es viel Kraft und da braucht es vor allem auch politischen Willen, das umzusetzen. Und das habe ich eben in dem Buch dargelegt.